Es ist rein elektrisch angetrieben. Es hat ein sehr hohes Drehmoment von 170 Newtonmetern. Man kann Steigungen bis zu 40 Prozent fahren und das macht es eigentlich aus. Speziell im Tiefschnee ist das ein total geiles Fahrerlebnis. Wie gesagt, es ist elektrisch, es macht keinen Geruch, es ist geräuschlos. Man braucht ca. 5 Minuten bis man sich an das Gerät gewohnt hat und dann wird man relativ schnell frech. Es ist wie ein Motorrad, man muss in die Kurve legen und umso mehr man sich reinlegt, umso mehr macht es Spass und umso stabiler wird.